Es gibt ja so einige Theorien, wie man die Portale zwischen unserer Welt und ihrer öffnet. Der Trick ist, sie zu finden. Nehmt euch bei den Händen. Sollten hier Seelen vorhanden sein, zeigt euch uns. Oh mein Gott. Was? Achtung. Nicht bewegen. Was? Ich habe hier einen Mord im Livingston House. Ich bin Detective Lewis, das ist Dr. Klein. Kannst du mir erzählen, woran du dich noch erinnerst? Wir wollten Geisterjahr. Also deswegen wart ihr hier. Wir wollten versuchen, sie zu filmen. Vor 25 Jahren gab es einen Vorfall. Ich glaube, sie nannten es Massenmord. Wer hat deine Freunde umgebracht, John? Es war das Haus. Ihr wolltet dahin, um eine Seance zu vollziehen? Was ist das? Es wurde in der alten Welt als Bote zwischen dem Teufel und seinen Anhängern benutzt. Ist das Blut? Wo kommt das her? Sie scheint sich zu justieren. Sie justiert sich nicht, sie zeigt den Weg. Und wo zeigt sie hin? Zu uns. Menschen sind tot. Sind sie Opfer oder Killer? Du erwartest von mir, dass ich das glaube. Auf geht's! Es war genau so. Das war nicht menschlich. Ich glaube, dass du sie ermordet hast, John. Ohne dass du hinsiehst, kannst du mir sagen, was hinter dir ist? Da ist ein Riss in der Tapete. Darunter ist eine Zeichnung von einem kleinen Mädchen. Das ist komisch. Da ist noch was anderes. Da befindet sich eine Frau hinter dir. Erschöpftes Immunsystem. Ich würde Ihnen gerne eine Therapie empfehlen. Sehen Sie es als Reinigung des Geistes.